Herr Rubner, schildern Sie uns kurz die Sachlage im Fall Samir. Worum geht das genau? Ja, es geht darum, dass Samir Safazade, unser Mitarbeiter von der Stadt Neumünster, von der Ausländerbehörde, jetzt eine Aufforderung bekommen hat, das Land bis zum 18.07. freiwillig zu verlassen, um dann gegebenenfalls mit einem neuen gültigen Pass aus Aserbaidschan und einer dann bei der Deutschen Botschaft zu beantragenden Arbeitsvisum auch wieder zurückkehren könnte, gegebenenfalls. Aber die Sachlage ist ja auch so, dass er seinen Wehrdienst leisten müsste, eventuell ja auch eine Strafverfolgung wegen Farnflucht hätte. Und ja, Aserbaidschan seit 30 Jahren in, ja, Auseinandersetzung mit seinem Nachbar Armeniern erst im letzten Jahr, ja, ein großer Krieg mit mehreren tausend Toten. Und das wollen wir natürlich verhindern, warum dieser Umweg, er ist neun Jahre hier. Frau Grund, was macht Samir zu so einer guten Fachkraft? Also Sam hat eine sehr hohe Verbundenheit zum Kick-In. Er ist hier als junger Mensch ja bei uns schon in den Sprachkursen gewesen, hat an der Eddie Heuss-Knapp seinen Hauptschulabschluss gemacht und kam dann über die Vermittlung der Eddie Heuss-Knapp hier bei uns ins Praktikum. Und wir haben uns dann entschieden, diesem jungen Menschen eine Chance zu geben und zu sagen, wir nehmen ihn hier in die Ausbildung. Und haben dann festgestellt, dass es eine sehr richtige Entscheidung war, weil Sam super fleißig ist, sehr, sehr arbeitsam, sehr kundenorientiert, beliebt bei den Kunden, weil er also auch wirklich Dinge sieht, wo andere vielleicht nicht so genau hingucken, ob jemand noch einen Kaffee möchte oder ob da irgendetwas alle geworden ist. Sam hat so einen Rundumblick, also so eine hohe Servicebereitschaft. Und aus dem Grunde haben wir dann auch gesagt, wir übernehmen ihn, obwohl wir damals nicht zwangsläufig den vierten Koch gebraucht hätten, haben wir gesagt, wir übernehmen ihn trotzdem, weil er uns einfach unwahrscheinlich viel wert ist. Und das ist einfach auch etwas, was ich hier einfach nochmal unterstreichen möchte, dass es ja hier um einen Menschen geht. Und ich begleite ihn jetzt so lange, wie er hier in der Ausbildung ist. Und diese Ängste, die er jedes Mal aussteht, wenn er wieder los muss, um wieder die nächste Duldung zu beantragen, also das ist schon ein Angang. Und da leiden wir hier einfach auch alle mit. Was zeichnet ihn menschlich aus? Eine hohe Empathie und eben auch eine große Freundlichkeit. Also sich auch so Dinge zu merken, was man gerne mag. Ist vielleicht albern, aber ich trinke zum Beispiel gerne einen frischen Kaffee nach dem Mittagessen. Und Sam weiß das einfach und setzt die Kanne schon automatisch auf und sagt, ich rufe dich an, wenn er durchgelaufen ist. Das sind so Dinge, die ihn eben einfach auszeichnen. Was wird Samir denn vorgeworfen? Warum soll er konkret abgeschoben werden? Na, vorgeworfen wird laut Bescheid, dass er mit falscher Identität in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist. Das ist er nicht, sondern er ist damals mit einem Touristenvisum gekommen. Und ja, hatte dann natürlich aus Angst und auf Anraten Dritter hier in Deutschland, wurde ihm angeraten, mach dich jünger als Minderjähriger, sodass du als unbegleiteter Minderjähriger Flüchtling gilt. Wie ist das schließlich herausgekommen, dass er falsche Angaben gemacht hat? Das ist herausgekommen, weil er sich selber offenbart hat gegenüber den Behörden, dass er nicht Samir Safarov ist, sondern Samir Safazade und ein wenig älter ist, als die Behörden dachten. Was erhoffen Sie sich von dem morgigen 12. Juli, 10 Uhr beginnt der Protestmarsch? Also wir erhoffen uns als Kollegen erstmal, dass Sam bleiben darf. Das ist für uns erstmal Prio. Und ansonsten natürlich auch einfach mal sagen, guck mal hier, wenn man das liest, Gastronomie kann das Personal gar nicht aufbringen und jetzt wird einer von denen noch weggeschickt. Also weiß ich nicht, ob das die richtige Vorgehensweise ist und ob das der richtige Weg ist. Samir, was droht Ihnen, wenn Sie nach Aserbaidschan zurückkehren müssten? Ja, wenn ich zurückgehe, dann muss ich zum Wehrdienst gehen. Also ich will keine Waffe tragen und ja.